Hallo zu einer Schussreifen-Folge, wie es dir scheint. TTT heute zusammen mit Dailo, Frigo, G-Gix, Anna, Magnus, Schiri und mir den Börschutag. Ich bin Piratus. Ich bin Piratus-Contractus. Geh mal her. Was willst du schon wieder, Frigo? Ich wollte zeigen, dass ich keine Aggression habe. Komm her. Das ist ja interessant. Genau. Wir machen jetzt Diegel-Party, habe ich gehört. Ich musste sie töten. Ich habe sie eingeworfen, deswegen. Dailo, ich tausche so ein Nudelding gegen die Schildkröße. Ein Nudelding? Ein Nudelpackung, meinst du? Ein Nudelding. Cool, jetzt tausche ich weiter. Hallo, ich tausche ein Nudelding. Wie groß ist denn die Packung Nudelding? 30 cm. Und ist die in der Bestellliste 1-1-4 oder ja, die 0-3-0? 0-3-0. Habt ihr das Gefühl, Frigo, dass du gerade einen Turington übersetzt hast? Kann das sein? Hat er auch. Ist das möglich? Ich habe mich ja kurz nicht verstanden. Kannst du mich bitte einmal wiederholen? Bist du denn zufällig Jekyll? Jekyll bin ich nicht, aber ich bin trotzdem kein Innocent. Ach so. Ja, dann gehen wir doch einfach. Tschüss. Tschüss. Ja, dann gehen wir. Tschüss. Ich bin angefangen, mich zu schießen. Tschüss. Hier kam gerade Essensrest. Hey, Minus, wir haben ein Schaf gekriegt. Guck mal her. Das kam hier gerade per Tourate-Delivery hier vorne. Oh, cool. Okay, wir haben noch mehr Verteidigungsmaßnahmen bekommen. Ich sterbe. Guys. Okay, Yoshi, mach die Tür auf. Okay, let's go. Scoute, wer alles tot ist. Du musst da vorne. Warte mal, es sind zwei Tote. Das heißt, es gibt nur noch eine böse Person. Ah, nee. Ah, nee. Nee, es ist ja eine nur. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Da liegt, da liegt, hm. Okay, Shiri. Okay, es ist noch. Äh. Nein, Turret. Ich wollte eigentlich gar kein Damage machen. Ich bin doch durch die Leite. Turret, hast du das? Ja, genau. Jemand muss mir meine Türe öffnen. Ich bin Scientist. Ich habe einen Launcher. Ich bin Scientist. Äh, du auf. Ja. Danke. Okay, wir hatten hier wieder so eine schlechte Luft reingelassen. Oh. Wo ist sie denn? Hallo? 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 Ich habe einen Vertrag. Ich soll hier schießen. Oh. Oh, die Schildkröte macht immer komische Geräusche, wenn ich drauf schieße. Wo seid ihr denn? Äh. Da, wo der Turret ist. Nein, Turret tut es nicht. Mark, du siehst ein Problem. Ich habe vergessen, dass der Turret da ist. Und habe ihm den Rücken zugedägt. Bis jetzt. Ich habe sie nicht markiert bekommen. Das ist sehr fies. Äh, du musst nicht auf sie drauf gehen mit dem Schaf, sondern... Das betäuscht mich. Mit, 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 mit er. Äh, nicht mit der R hier. Wir sind hier. Wir sind hier, wo ich schieße. Wir sind hier unten. Und wir kommen hier auch nicht so ganz raus, oder? Mittlere Ebene. Ah doch, wir kommen jetzt mittlerweile. Ich bin auch... Guck mal raus. Ja, aber nur auf der Seite. Oh, Yoshi, sie hat Pizza. Sie ist doch hier. Die... Was? Wir haben Plätze getauscht. Hä? Oder? Nee. Nee, nee. Ich glaube, der hat einfach nur reagiert. Ding ist, da ist ein Turret an. Ach. Noch einer. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Oben ist auch noch einer. Also, warte mal. Ich gehe mal gerade hier lang. Sei vorsichtig hinter dir. Okay, wir laufen. Das ist egal. Das ist Stockwerk seid ihr, ne? Ja. Wir laufen. Aua, nein, nein, nein. Das tut doch weh. Das töten Menschen. Das töten wirklich Menschen. Jetzt hast du Jotty getötet. Warum tust du denn das? Das ist ja unerhört. Das ist eine Frechheit. Eine kleine Frechheit ist das. Egal, hier ein Observer-Schief. Top. Was ist das denn für eine Waffe? Rast. Voll die Hex. Ein Observer-Schief kann ruhig die Decke. Ja, wenn die Stimmung richtig gut ist, ne? Dann geht's richtig ab. Dann dreht das Schaf auf. Wupp, wupp. Das ist der Sound of the Sheep. Ich weiß nicht. Okay, Aschi. Josh, das finde ich sehr asozial von dir. Ich finde das jetzt auch asozial. Ja, das ist gut. Gute Idee. Ich bin wieder in den Raum reingelaufen. Wow. Ich dachte, ich bin frei. Nee, auf jeden Raum rein. Ich weiß. Ja. Freedom gibt's für Frigos nicht. Freedom. Freedom gibt's für Frigo nicht. Nein, nein. Nein. Aua. Aua. Oh, was? I could fly. Over the rainbow. Wir können hier ins Flugzeug gucken. Da, wer? Was, lebt ihr noch? Nee, also eigentlich sagen wir sterben, weil es ein Teepfaler ist. Aber wir sterben nicht. Wir sind einfach hier in der Luft. Ja, dann macht Kill da. Das ist schön. Ja, wir können halt ins Flugzeug gucken. Ja. Und, seht ihr irgendwas cooles? Nee, aktuell ist der Gang der. Oh, wait. Oh, da ist ein Fahrstuhl. Ja, also ich habe mich gerade irgendwie wieder nach vorne gepackt gekriegt. Oh, da ist ein Fahrstuhl. Außerhalb des Flugzeuges. Oh, da ist ein Fahrstuhl. Wer hätte das gedacht? Das ist aber jetzt verwunderlich. Ich will wieder einsteigen. Was? Setze, die man selten hat. Egal, ich mache halt mal. Im Flugzeug selten hat. Ich mache halt einen Tester. Du machst einen Tester? Bethesda. Ach, die macht Bethesda. Ah. Bethesda-Tester. Habe ich auch noch irgendwas? Nee, nee, das funktioniert nicht. Oder noch? Ich kann den Newton-Louncer holen. Bin Trailer, habe ich gehört. Ja, ich glaube auch. Ja, guck mal, ich hole den Newton-Louncer noch. Ja, hey, vielleicht kannst du den mir geben und dann kann ich versuchen, dich nach vorne ins Flugzeug zu schießen. Ähm, wie droppe ich den? Cool, oder? Ja. Ja, das funktioniert. Ja, weil du musst nicht irgendwie wieder reinschießen, oder? Schieß dich rein. Also du musst irgendwie die Tür treffen. Ja, ich versuch's. Warte, ich kann mich ein Stück irgendwie nach vorne bewegen. Was macht ihr da? Ja, warte, ich schieß dann genau, wo ich den Newton-Louncer mich nach vorne bewegt. Das ist ja... Ja, ich komme wieder zurück. Nein, es ist aus spät. Magnus wurde umgebracht. Ich hab zum Glück mehr, aber... Das ist nicht gekommen irgendwo. Okay, ich hab ne Idee. Bei Schaden oder so. Was hast du ne Idee? Okay, und? Let's go, Mad-Hacks! Let's go! Ist das dein Ernst? Fliegt raus! Flump! Flump! Hahaha! Was? Danke! Wir gehen! Hahaha! Ja, du! Okay, ich hab noch ne andere Idee. Taylo, bleib! Bleib hier drin! Okay! Was ist das vor? Das ist irgendwie nicht, ne? Nein! Nein! Oh, was? Nein! 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 Jetzt vor dich! Ich auch! Boah! Hahaha! Dedo, wenn du dich seitlich davon stellst, also wirklich dann, äh, dein Gang, dann wird das rausgezogen. Okay. Jetzt... Ah, schade. Ich wär auch noch da reingezogen worden. Weil ich wollte die Bananen nämlich benutzen. Achso, ja, ich hatte noch ne... Ich bin mit einem Melancho raus. Ja. Ah! Wir hatten das Ding eigentlich ganz am Anfang geöffnet. Ich glaub, Taylo war das. Ja! Ich war inzwischen raus. Ich auch. Ich bin durchgelaufen. Es war nur... Also war nur noch, um Markus zu zerritten? Ja. Hahaha! Das ist so belastend. Das ist wirklich belastend. Ach, ich... Ich geh da nicht mehr dran vorbei. Ah, hi. Hi, Jijixx. Möchtest du... Möchtest du auch Klopapier? Ich bin gut, ja. Klopapier? Ja, Klopapier! 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 Hier, gib Jijixx das Klopapier. Dies gut. Dann hier für ne Party, ey. Es saßen zehn Gestalten. Wo ist das Klopapier? Ich glaub, ich löse die Party immer auf. Nein, auf nem großen Balken. Balken! Gehen! Und sie schrien nach Klopapier. Klopapier! Und dann kam Chiri und gab es eben. Und dann kam Chiri und gab es eben. Und dann ist das Lied jetzt vorbei. Wenn Chiri den Leuten das schon gegeben hat, dann ist er... Ist ja, sag ich mal, der Witz jetzt schon raus, ne? Haben wir alle. Lassen wir das mal. Aha! Ich hab grad erst gelesen... Fregel, du warst das? Wer ist Traitor? Wer ist Traitor? Falafel? Olaf! Was sagst du dazu? Ist das ein richtiges Ergebnis oder ist das Fake-Tester? Wie war dieser böse Schneemann? Wahrscheinlich ist es, dass es richtig ist. Ist das ein Fake-Tester? Hast du ihn gemacht? Ja, hab ich. Ja, dann ist er wahrscheinlich kein Fake-Tester. Nice. Anlauf, Talo. Nice. Jijixx, du weißt, was du tun hast. Ja. Tu dir den Vater. Devil ist... Ich hab dich gereicht. Devil auch? Also im Endeffekt haben wir jetzt gerade Doppel-D. Oh mein Gott. Komm, komm mal her. Komm, wir stellen uns die hinten hin. Wir machen jetzt hier... Hast du ne Diegel? Hast du ne Diegel? Nee, aber wir haben ein bisschen... Okay, wir machen das jetzt hier. Ich hab ne Diegel, wenn du ne haben willst. Ich kann auch ne Puff-Puff machen. Arschloch. Ich hab das Gefühl, er ist bei Frio. Hast du ihn gerade auch gesehen? Ach, verdammt. Woher zieht's denn hier? Ich hab oberenfach nur durch die Scheibe geschossen. Krüger! 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 Okay, Krüger! 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 Ich kann uns alle töten! Krüger! 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 Rutsch mal ein Stück. Das muss aber sehr dezent sein dann, wenn das die Aussage ist. Ich muss kurz zum Shop bitte nicht schießen. Ja okay, gut dann. Ist okay. Soll ich mir einen Moni launchen oder einen Tarot? Was meinst du? Äh, boah, da könnte man auf dem Schuss sein. Tarot? Okay, warte. Ja, ja, mach das mal. Stell den bitte hier hin dann, ja? Ja, warte. Hier hin? Ja, ja, bitte. Als wenn du jetzt wirklich einen geholt hast. Ist das okay oder soll ich den weiter nach rechts platzieren? Ich weiß nicht, zumindest vielleicht so, dass du hier rauskomm. Ja, warte mal, ich versuchte mal umzustellen. Ich kann den grad nicht mehr abnehmen, aber ich hab zwei Kills gemacht. Ich glaube da sind Leute gestorben. Warte, ich protecte dich. Kannst du irgendwie hier rauskommen? Ich komm hier gar nicht vorbei. Warte, ich kann versuchen den abzunehmen, warte mal. Ich komm hier nicht vorbei. Ich kann mal... Puff! Vielleicht kann ich mit der Crowbar abschalten. Also ich... Warte, warte, warte. Warte, warte. Das ist so schwer Leute, ne. Ne, den krieg ich leider nicht ab. Kannst du durchklautschen? Ja, okay, hat geklappt. Hat geklappt, dann lauf ich mal gerade an dir vorbei. Sekunde, danke. Perfekt. So, tschüss. Alles klar, ciao, ciao. Ich weiß nicht warum, aber ich hab das Gefühl, dass Frigo nicht so ganz so der Liebe ist, aber... Ich weiß auch nicht, wie ich da rauskomme. Hallo Schiri. Hi Markus. Bringst du mich jetzt um? Nein. Okay. Ich weiß. Das Ding hat mich gerade selber umgemacht. Leggendes Dorschfilet. Ey, das ist doch cool. Ja, das ist doch cool. Ja, das ist doch cool. Ja, weil ich brauche eine. Brauchst du wirklich eine? Nee. Frigo. Ich wollte auch grad sagen, die würde ich nicht nehmen. Das ist glaube ich nicht mehr die beste. Nee. Nee. Als auf einer der Mädels wieder überleben wollte. Oh, da unten sind sie. Ich habe... Ah ja. Wieso sollte ich denn... Ich bin ja direkt... Oh, Jo. Hä? Hier ist eine Scheibe. Guck, da kann man nicht durchschießen. Da kann man nicht durchschießen. Ich sag, da kann man nicht durchschießen. Nein, das war ich nicht. Nein! Ja, du und dein dummer P... Ja, ist das Marco? Nee. Nein! Der hatte... Das Hacker-Tool. Magnus! 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 Ja, Geist! Hm. Hm. Also töte ich jetzt euch beide? Seid ihr ein... Wir können doch einfach zusammen Pizza essen gehen und alles ist cool. Ich hätte noch Asiatisch im Angebot. Oh, ein Asiatisch. Also, Josch. Ja? So, Danny. Da, wo wir uns verloren haben. Ja, gut. Ich habe keinen Plan, wo das ist. Oben? War das nicht oben? Ja. Ich bin oben. Ja, ich bin halt nach vorne weg gerannt. Dramatisch. Es ist hinter uns. Ah! Hä? Der Wisch? Ah! Ich habe mich schon gewundert, warum wir beide auf mich schießen, nachdem ich den Täter umbringe. Ich bring den Täter um und denk mir sogar, okay, jetzt wird mein Tee-Kollege halt die anderen Tee machen, ne? Hä? Hä? Hast du gesagt Inno? Ach, die ganze Zeit. Ich dachte, die wäre Jekyll und Sidekick! Nein! Hä? Oh, Shiri dachte, die sei Inno. Nein, du wusstest schon, dass ich traitor war. Ich dachte, Anna wäre meine, meine Tee-Kollegin. Ja, aber ich habe doch Markus umgebracht! Das habe ich nicht gesehen. Ich habe es nicht genau gesehen, weil ihr beide da standen und habe ich nicht gesehen, wer geschossen hat, weil ich auf Markus... Markus... So wie, so wie das Eis? Ja, auf Markus Eis. Markus, Markus, ich glaube heute kennt hier keiner meinen Namen mehr. Sorry, Markus, sorry! Das ist tiefe Scheiße. Tut mir leid. Dir gebe ich das in die Plus, ey. Oh! 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 Kennt nichtmals deinen Namen! Der Elo sagt, gibts mir! Oh! Ach, der Elo. Die gibt es auch in einer ganz anderen Art und Weise. Nein! Dir könnte ich zum Beispiel einen Vertrag anbieten. Warte mal. Oh! Oh! Nein! Doch! Der Klonvertrag? Ja, aber du kriegst noch einen von mir. Nice! Siehst du? Hinter dir ist übrigens ein Devil. Pass auf, hinter dir ist ein Josh. Hinter uns sind ganz viele Leute. Ich fühle mich hier auf dieser Treppe nicht wohl. Der hat auch geschossen. Der hat geschust. Der hat geschust. Der hat gepippelt. Hallo. Der letzte Schuster. Das ist eine andere Regel. Anna? Ja, ich hab die Haare aus dem Gesicht geschwissen. Anna. Okay. Das muss ich auch regelmäßig machen. Ja, ich auch. Ja. Ich hab auf deine Seite. Nein! Ich hab auf deine Seite. Fing euch hinter den Tritt fest! Du Assi! Ich hoffe es war die richtige Entscheidung. Nein. Okay. Darf ich so öffnen? Ja, warte mal. Hau drauf. Komm. Wir kloppen das jetzt kaputt hier. Wovon? Irgendwann gehen mir die Ressourcen aus. Ihr habt keine Chance. Oh, die Bricks sind fies. Ja, da kommt noch Metall nach. Oh. Weißt du was? Shotgun. Oh nein! Okay. Warum schießt du auf mich? Oh, ich stecke fest. Wann hier durch? Der war böse zu mir. Der war böse zu mir. Ja, ja, ich weiß. Ich feier hier mit. Du feierst hier mit! Du feierst hier mit! Ich rieche nur diese Glocke im Hintergrund heran. Hinter diesen ganzen Buildings. Was ist das denn? Oh. Das war knapp. Hallo? Nee, ich werde abgeschossen. Ich hab damit nichts zu tun. Irgendwann geht dir die Munition aus. Oh. Ich hab keine Munition. Stopp. Stopp. Wait. Die Runde ist doch nicht zu Ende. Hm. Was? Also. Rego, ich brauch langsam deine Hilfe. Ich helf dir von der anderen Seite, okay. Wir haben einen Brick weggemacht. Das ist ja... Ha! Ach, die ist wieder... Moment, wo ist sie... Ich sehe euch tatsächlich. Aber sie ist... Wie bist du denn? Wie bist du dein? Wie? Okay. Ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, wer von euch beiden das ist. Bist du böse, Josh? Die Tür sagt nein. Die Tür sagt nein. Josh, bist du böse? Nein, ich habe gerade GTX gemacht. Nachdem sie Anna gemacht hat. Kannst du sie infizieren, bitte? Sind sie bereits? Ich habe Angst. Ich glaube, dir hat jemand geworfen. Warte, ich rette dich. Oh, ich trink was. Ich geh voran, ich geh voran. Oh, ich such noch was zu trinken. Ich hab Durst. Jetzt kann es losgehen. Jetzt bin ich Sonic. Oh! Ich bin gleich ein Schneemann, Frigo! Was ist ihr? Hab mich lieb! Bis Weihnachten! Bis Weihnachten! Das ist mein Tee-Kollege. Ich hab mich gewundert, warum du mich auf Anna schießt. Ich hab euch bei... Ich war... Ja, natürlich wäre ich mir auch gewesen, wenn ein anderer Roter neben mir den Delo abgeschossen hätte. Delo ist mit 50 Damage nämlich reingefahren. Da dachte ich mir, ja gut, ne? Fährst du mal zurück. Du bist mit 50 Damage nämlich reingefahren. Letzte Runde auf dem Map. Wir machen nur eine. Das hätte ich reingefahren. Klassische Sonntags... Wir machen über 20 Minuten. Ja, klingt gut. Das ist der super Sonntag. Komm, Speedrunde. Oh Gott, nein! Ne, keine Speedrunde! Ich hasse Speedrunden. Wer wird da... Wer wird da direkt in den Dagger gehauen? Dass ihr eine Person Speedrunden liebt. Das ignorier ich jetzt einfach. Oh, oh! Oh, ein Mülleimer. Anna, du hast den Fernseher mir abgerissen. Und den Essen! Wenn du weiter so lachst, dann reiß ich deinen Fernseher ab. Hier gucken wir erstmal noch eine andere Waffe. Oh, guck mal. Das war schön. Eine Waffelwaffe. Das ist doch beschiss! Der, der spielt nicht nach Gentleman's Agreement. Er schießt mehrmals mit dem Scheiß-Norm-Nuten-Dingster. Den haben wir nie auf dich gezielt. Davon sind drei auf mich draufgeflogen! Oh, Schigeri. Den bring ich noch um. Der Spasti, ey! Die ganze Session ist erscheinend so ein Arsch noch! Ganz getöntet! Oh, ich gebe auf Toilette. Mach das! Oh, der liefer war die Zeitung von gestern. Der Terminal. Von Montag. Jetzt ist die Zeitung von morgen. Da gucken wir jetzt aber mal. Was steht denn da? Joschi! Joschi! Ich kann nicht! Dann bin ich, dass wir morgen die eine Million Abonnenten knacken. Oh! Dann kann ich doch. Wir haben hier so ein Problem. Wir sind Bällchen. Das Problem ist mir schon bekannt. Aber das ist jetzt, also ich hoffe, dass das jetzt nicht dein Problem ist. Doch, ist es mein Problem. Bällchen! Aua, aua. Und welche umstehe? Hier ist gut! Okay. Okay. Du, du da? Du, da? Reich mir deine Hand! Reich mir die Hand. Ich baue dir ein Entschloss aus Sand. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich weiß nicht, was da oben los ist. Nee, den lebe ich nicht wieder! Lebe ich! Ist hier noch wer? Nein! Nein! 6 OP! Oh, nein! Oh, Bällchen! Nein! Nice! Das war ein tolles Ende. Ich fand das schön hier unten. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen in dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal, Leute! Ciao, ciao! Cheerio! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!